Hallo, wir sind heute bei Hounded Castle und ja, am Anfang ist hier nämlich ganz cool. Man wird ja auch im Laufgeschäft solche Finanisten gemacht. Und das geht dann über in eine Achterbahn. Achterbahn ist jetzt übertrieben für das Kreuz. Es ist eine Geisterbahn. Und da geht es ja auch schon rein. Hallo. Hallo. Ja, danke. Danke. Peter? Ja. Ja. Ich habe Hunger. Ich habe Angst. Ja, wer ist das zu, das ist zu viel! Ja. Danke, Michael. Oh, 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 oh. Woaah! Ich muss aufreißen, dass es hier nicht gut anfangen wird. Hallo! Das waren die Drahtenköpfe. Der Mars ist so schön. Coole Geisterbahn. Vor allem am Ende die Kettensäge. Wir kamen so vor, als wenn manche Effekte viel zu spät waren. Ja. Aber da kann es durchaus sein, dass die ein bisschen später sind. Dass die für den hinteren Wagen sind. Ja. Dass sich das ein bisschen abwechselt. Dann war es eigentlich auch schon für mein Feedback. Ich habe eigentlich nicht viel zu sagen und zu meckern. So. Dann würde ich sagen... Ciao!